Einen wunderschönen Herzlich Willkommen zurück zu JustCast3. Ja, was steht auf dem Programm? Ehrlich gesagt, Chaos. Und zwar, wir werden wieder hier etwas Platz schaffen müssen, sonst kommen wir mit der Mission nicht weiter. Wir könnten zwar jetzt schon eine Mission machen, aber dann hängen wir danach auf dem Trocknen und ich habe doch die Hoffnung, dass wir, wenn wir das jetzt so ein bisschen schnell befreien, wir doch weiterkommen. Die andere Sache ist, die lasse ich mal offen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich interessant wird, ob ich entweder die Befreiungsaktion losgelöst machen sollte und die Mission dafür aufzeichnen oder nicht. Das ist aber eine Sache, die müsst ihr mir dann letztendlich sagen. Ha! Sooooooo Bring alles mit, was du hast. Genau. Ha! Du komm, ich geh kaputt. Geh kaputt. Jawohl. Genauso. Was? Bin fast tot. Schnell raus hier. Ja, Gronkh. Kein Benzin mehr. Aha. Weg da, weg da, weg da. So, wir müssen das Tor aufmachen. Aua. So, stell. Mach das Tor auf. Wir müssen unsere Leute reinlassen. Komm, 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 komm. Kopf, 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 Kopf. Kein Problem. Na, 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 na. Super. Haben wir alles, haben wir. Wir brauchen als... Wow, 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 wow. Warum seid ihr auf immer so fett gepanzert, Leute? Das gefällt mir gar nicht. Komm, Kopf, 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 Kopf. Ja, 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 ja. Boah, ey. Ich glaube, da werden jetzt noch endlos welche rauskommen, oder? So, was brauchen wir jetzt denn noch? Sorge für Verwüstung, da sind wir dran. Äh, äh, irgendein... Da. Da ist er. Da ist er. Und hoch damit, uns. So. Wo können wir die nächste Verwüstung starten? Das da. Oh, wisst ihr was? Und Feuer! Jawoll! Hier müssen wir noch irgendwie aufräumen. Ich bin mir aber noch unschlüssig, was wir hier noch tun müssen. Oder gibt's hier noch ein zweites... Nein, gibt's eigentlich nicht. Achso, wir sollen hier bloß drinnen für Verwüstung sorgen. Naja, okay, das lässt sich machen. Ah. Helikopter im Anflug. Ich wiederhole. Was? Helikopter im Anflug. Wo? Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Wo ist er? Da war er eben. Ja! Meiner! Nein! Warum ist er denn abgeschossen worden? Verdammte Kacke! Nee! Nee! Hm. Ha! Ist jedenfalls nicht gut. Wo sind wir jetzt hier? Äh... Da müssen wir hin. So. Okay. Jawohl. Jawohl. Daneben. So, dann hätten wir das. Und den machen wir auch noch platt. Jawohl. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. So, dann ist das weg. Da oben haben wir die Satellitenschüssel, die wir machen müssen. Oh. Schickt mir Männer! Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ei, 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 ei. So. Wir haben einen Hubschrauber. Und wir wissen ihn zu benutzen. Die Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Wo ist er? Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Tische Wien wird vermisst. Jawohl. Und da hinten. Komm. Ja doch. Nein. Ah. Oh. Jawohl. Wo? Ich möchte auch Popcorn. So, mal gucken, ob wir gefunden werden hier. Oh, da ist doch eine vollständige Station. So, komm, 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 komm. Die finden uns nie hier. Gleich ist die Anzeige weg. Und dann sind wir V wie Vogelfrei. Komm. Super. Oh, oh. So, dann werden wir mal irgendwie unseren Hubschrauber abstellen. Ich weiß bloß noch nicht wo. Uiuiui. Ja doch. Ach, das ganze Sperrgebiet hier. Okay. Okay. Wir haben den erstmal sauber abgeparkt. Und dann machen wir hier noch schnell die Mission mit den Sendetürmen hier, beziehungsweise den Funktürmen oder was das auch immer ist. Wo stehen sie denn? Da ist einer. Genau. So. Eins. Wo ist der Nächste? Da drüben. So, zwei. Da hinten ist einer. Jawoll. So, hoch damit hier. Und. Und einer fehlt noch. Ähm. Wo? Wo? Da hinten. Ja. Da, wo wir am Anfang gestartet sind. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Jawoll. Und. Aus. Und wir machen jetzt noch die, 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 äh, Dings ran. Die neue Fahne. Hahaha. Der war Fallschirmspringer. Okay. Yeah. Olivo Morro. Haben wir befreit. Bekommen wieder noch ein paar Dinge. Und wir haben einen. Statt nach der anderen. Jawoll. So, jetzt holen wir unseren Hubschrauber. Der da noch steht. Ja. Und dass der ganze Verkehr auffällt. Na komm. Und zwar ist unsere nächste Mission denn, äh, erst mal hochfliegen. Denn irgendwo war, ähm, so eine Funkstation. Da, wo ist die? Ah, das ist das hier unten. Okay. Okay. Oh. Wo, 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 wo. So, machen wir das mal von einem weiten Platz hier. Okay. Da ist der. Oh, 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 oh. Wo, 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 wo. Da. Ja. Ja, das ist doch der Zuger, ne? So, weiter geht's. Das ist schön, wenn man unendlich, oh, oh, wenn man unendliche Munition hat. Was ist das denn? Ah. Jawoll. Und da kommt noch einer. Vorhalten. Jawoll. Guck mal, da war eine riesige Parabolspiegelschüssel Dingens. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Ja. Halt, da ist der Abwehr. Da ist der Helikopter. Vorhalten. Jawoll. Wo sind wir? Wo sind wir? Orientierung suchen. Wiederfinden. Verlust. Alle Mann ausschwärmen. So. Hier Zentrale. Panzer sind unterwegs. Panzer. Da ist die Abwehr. Ja nicht, bitte. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Kopf, Kopf, Kopf. Au. Wir schicken Boote zu eurer Position. Jawoll. So muss das. Da ist ein Hubschrauber. Alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. So, ich glaube, wir haben die ganze Luftabwehr erledigt hier. Panzer zu eurer Position. Oh, oh, hey. Sie sind unterwegs. Jawoll. So, da die große Parabolantenne. Jawoll, los, komm. Her mit dem Vogel. So oder so. Helikopter-Austerstützung mehr hat sich eurer Position. Taktische Eingreifgruppe mehr hat sich eure Position. Taktische Eingreifgruppe. Jawoll. Noch einer. Ne, ist da bloß so aus. Oh, da ist doch einer. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Luftunterstützung ist unterwegs. Panzer sind unterwegs. Teure Position. Boah, was ist denn hier los? Ich habe super Besuch hier. Haufenweise fliegende Leute. Da kommt auch noch einer, oder? Los, fühle den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Ja, was machen wir denn jetzt da? Was müssen wir denn noch abschießen hier? Irgendwie müssen wir doch noch ein paar Sachen abschießen hier. Ich legte ein Helikopter ins Zielgebiet. Entsendung von Eliteeinheiten autorisiert. Legen wir los. Oh, 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 oh. Jawohl. Auch damit ja. 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 Die sind aber dick angezogen hier. Oh, 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 oh. Die machen viel Aua. Oh, 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 oh. Nein. Nein. Puh. Aber ganz schön knackig hier gerade. Ha, 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 ha. Ich glaube, jetzt braucht man die ganzen Add-ons und Special Features. Was müssen wir denn eigentlich hier alles noch wegmachen? Da ist noch ein Hubschrauber. Ja. Was ist denn los, Jungs? Da siehst du er. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Nein. Mit dem Rotorblatt hinten hängen geblieben. Mein, 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 mein. Ist aber auch jetzt nicht bei Tag. Ha, 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 ha. Naja, guck mal, da wartet wieder einer. Okay, die Rotorblätter, die tun uns nix. Die Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ui. Das ist natürlich doof, dass die, äh, Abwehrraketen, äh, stets wieder aufgebaut werden. Ich frage mich trotzdem noch, was muss hier, äh, noch zerstört werden? Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Eine Elite-Einheit ist unterwegs zu eurer Position. Da ist noch was. Dopplerrad, da ist weg. Panzer sind unterwegs. Oder muss ich das wieder markieren? Ich glaub ja, ne? Was brauchen wir noch? Sicherungsanlagen, Treibstofftanks, Transponder. Taktischer Eingreifdruck nähert sich eurer Position. So. Der Großteil ist da unten drin, ne? Oh, 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 oh. Strömanzer sind unterwegs zu eurer Position. Kohlwellen-Helikopter aufgetankt und kampfbereit, Rico. Lass uns dir helfen. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ja, komm. Wir müssen doch doch irgendwas hier kaputt machen können. Leute, 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 Leute. Ui, 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 ui. Mann, 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 Mann. Da unten. Ui, 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 ui. Jawohl, halt. Rico, komm. Da, der hatte keine Chance. Na? Ja, komm. Oh, du komm. Wie soll das sonst gehen, ihr? Komm, ich versuche, hier zu wenden. Ui. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm. 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 So, dann gucken wir mal. Wah. Vorsicht, Rico. Ui. 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 Ja. Komm los. Muss doch irgendwie zu machen sein. Ui. Ui. Komm, 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 komm. Nicht schon wieder sterben. Ui. Ja. 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 So, jetzt können wir kurz abklimatisieren. Jetzt kommt hier nicht ein Hubschrauber rein, oder? Vom Krach her würde ich sagen, ja. Zumindest fliegt irgendjemand. Na, 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 na. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Wow, 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 wow nein muss am samstag liegen ne also irgendwie ist heute der Wurm drin pass mal auf ja ja ist klar da stand doch einer mit ner Dings alles logisch alles logisch komm los los alles hochjagen hier nein komm Rico mach nicht so Quatsch ja doch ja doch so wo ist noch dieses komische das ist da da der Basiskommandant der kann mich mal da ist der okay so 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 viel zum Basiskommandant und jetzt müssen wir da oben noch hin das schaffen wir und raus hier jawoll jawoll leute komm 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 boah bitte 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 ist es das hier ich glaube ja ich bin hier ich bin hier ich bin hier Finish machen. Mensch, solange ihr rumballert, kann ich nicht hacken. Na, immerhin. War das schon alles? Mann. Das war ein hartes Stück Arbeit. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Ciao, ciao.